Hallo Freunde, wir haben uns heute mal schnell und einfach Kräuterbutter selber gemacht. Das geht wirklich ganz ratzfatz in so einem Butterfass von Kilner. Ich zeige euch das mal bei Branden. Viel Spaß! Wir haben hier seit kurzem dieses tolle Kilner Butterfass und da habe ich mir gedacht, da kann man jetzt ruhig öfter Butter machen. Wir machen doch nur noch selber Butter. Ja, normale Butter. Ja, aber wir können ja auch Kräuterbutter damit machen. Da habe ich dann überlegt, wie macht man das jetzt am besten? Erst die Butter und dann die Kräuter. Ne, man macht jetzt erstmal die Sahne da rein. So viel wie man haben möchte. Also hier passen 600 Milliliter Sahne rein. Die nutze ich auch aus. Wenn ich jetzt schon Butter mache, dann mache ich auch die Menge, die geht. Vielleicht würden sie ja 800 drin passen, aber das mache ich jetzt nicht. Wir haben nur drei Becher. Da kommt dann gleich Salz mit rein. Ich habe jetzt hier unser selbst gemachtes Knoblauchsalz, weil Knoblauch kann da ruhig mit ran. Ja, weil der Kräuter wird. Erst mal, ich mache jetzt erstmal zwei Teelöffel rein. Das muss man sich auch mal ein bisschen abschmecken. So und in die Butter sollen ja auch noch Kräuter rein. Für unsere Kräuterbutter werden wir uns jetzt einfach mal ein paar Kräuter klein hackseln. Ich habe das hier schon mal in meinen Multi-Zerkleinerer rein gemacht und dann brauchen wir das einfach nur klein schrödern. Jetzt haben wir so klein gehäckselt. Dann kann ich jetzt von den gehackten Kräutern hier gleich welche mit rein machen. Da muss man jetzt auch überlegen, wie viel will man da. Das sind jetzt drei Becher, also mache ich da ruhig drei Teelöffel mit drin. Das ist jetzt nur Petersilie und Knoblauch. Dann wird das fast einfach zusammengebaut und jetzt heißt das rühren. 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 Rühren so ungefähr zehn, zwölf Minuten. Ja, beim Fernsehgucken kann man das machen. So, ich habe jetzt ungefähr zehn Minuten das Ding hier rühren müssen. Jetzt sieht man, dass es Butter ist. Also man merkt am Rühren, dass es langsam Butter wird. Jetzt kann man das hier raus machen wieder. Diesen Paddel ein bisschen sauber machen. Kräuter und Knoblauch. Und wisst ihr was ich heute Abend esse? Peltkartoffeln mit Kräuterbutter. So, jetzt sieht das hier erstmal ein bisschen sauber. Ja, das ein bisschen halten hier. Das Paddel dreht sich um, weil es schwer ist. Was heißt schwer? Ja, wiegt halt ein bisschen was. So, jetzt haben wir hier Butter und Buttermilch drin. Jetzt muss man hier die Buttermilch abgießen. Jetzt haben wir hier lecker Buttermilch mit Kräuter und Knoblauchgeschmack. Kann man natürlich auch wieder für ein Brot nehmen. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine leckere Sache dann. So, jetzt muss erstmal hier die Buttermilch raus. Vorsichtig. Ich habe mir das beim letzten Mal viel zu kompliziert gemacht. Ich habe mir nochmal eine Beschreibung durchgelesen. Ich habe noch so einen Butter-Shaker, dass man den so schütteln kann. Das war mir aber zu schwer auf Dauer. Deswegen habe ich dieses Teil jetzt hier. Und da füllt man jetzt einfach in dieses Glas wieder frisches Wasser rein. Spült das aus. Das mache ich jetzt mal kurz. Und dann hat man seine Butter nämlich auch fertig. Also ein bisschen ausdrücken muss man sie natürlich trotzdem noch. Aber die wird ja mit frischem Wasser jetzt erstmal ausgespült. Die ganze Buttermilch erstmal rausholen. Jetzt mal ein bisschen schütteln und machen. Und aufpassen, dass die Butter nicht rausfällt. So und jetzt wird das einfach, mache ich jetzt unter fließendem Wasser ausspülen. Und dann holen wir die Butter raus. So, jetzt habe ich es eben mal ausgespült. Unter fließendem Wasser. Dann kann man das hier rausholen. Und man sieht, dass das richtig schöne Butter geworden ist. Richtig edel. So und jetzt kann man mit solchen Butterpannen, die ich hier auch noch habe, ganz ein bisschen noch in Form bringen. nochmal ein bisschen drücken. Weil da meistens immer noch ein bisschen was rauskommt. Und jetzt schön zum Butterstück drücken. Hatte sich die Leute so alles aus, die wir dachten haben, wa? Ist schon Wahnsinn. Und jetzt hat man da nochmal eventuell ein bisschen Wasser an dem Butterstück hier. Kann man da nochmal ausgießen. Ein bisschen hier. So. Und schon hat man sein Stück Butter fertig. Richtig, richtig frisch und lecker. Wir haben ja schon öfter Butter selber gemacht. Bloß halt noch nicht Kräuterbutter. Jetzt macht man das hier noch ein bisschen sauber. Und dann hat man lecker Kräuterbutter fürs Abendbrot. Oder zum Grillen. Oder was man alles so Kräuterbutter gebrauchen kann. Ich werde das auf Brot essen. Und aus dem, was hier rausgekommen ist, diese Buttermilch. Da mache ich mir gleich wieder noch ein neues Brot. Und dann hat man lecker Geschmack mit Kräutern und sowas gleich in dem Brot mit drin. Selbstgemachte Butter ganz schnell, ganz edel, einfach schnell selber gemacht. Aus ein bisschen Sahne und ein paar Kräuter. Ganz edel. Also probiert es ruhig mal aus. Bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. der wird wieder bei uns drin wahrscheinlich ausgedeckt. Wir haben eine gewisse Blatt estrache und vielleicht in derperson. und die Leere und diese Leere und das zu 떠�en ... Ich meine Leute ja